Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm, moderiert von Yvonne Ramp. Wir sprechen jeden Freitag über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge, für und gegen Hitler, Spioninnen im Dritten Reich. Während des Dritten Reiches spielten weibliche Spioninnen eine bedeutende Rolle, die leider oft übersehen wird. Im Geheimdienst des Naziregimes und der Alliierten waren sie sehr aktiv. Diese Frauen waren Teil eines komplexen Netzwerks von Agentinnen, die für verschiedene Aufgaben rekrutiert wurden, darunter Spionage, Sabotage und Nachrichtenübermittlung. Ihre Aktivitäten erstrecken sich über ganz Europa und sogar darüber hinaus. Heute reden wir über Spioninnen und ihre Tätigkeiten während dem Nationalsozialismus. Dabei geht es nicht nur um deutsche Spioninnen, sondern allgemein um Spioninnen im Dritten Reich. Hilde Krüger wird als Katharina Mathilde Krüger am 9. November 1912 oder 1914, das weiß man nicht genau, in Berlin geboren. Sie ändert ihren Namen in Hilde. Ihre Karriere beginnt sie als Schauspielerin in der antisemitischen Ufa-Produktion nur nicht weich werden, Susanne. Ihre sinnliche Darbittung fiel auch Reichspropagandaminister Josef Goebbels auf, der ihr zum raschen Karriereaufstieg verhalf. Und das passte natürlich der First Lady des Dritten Reiches, Magda Goebbels, ganz und gar nicht. Der Propagandaminister, der auch für den deutschen Film verantwortlich war und aufgrund seiner zahlreichen amorösen Abenteuer mit jungen Talenten den Spitznamen Bock von Babelsberg trug, hatte es mal wieder zu bunt getrieben bei seiner Nachwuchsförderung. Ein Zeitzeuge hatte Krüger in St. Moritz kennengelernt und wusste zu berichten, dass, wie er sie nannte, die Göre zu einem Kreis junger Damen gezählt habe, die immer mal wieder gerufen worden seien, wenn Goebbels, Hitler oder auch andere führende Nazis etwas Ablenkung vom grauen Alltag gebraucht hätten. Sie sei oftmals in Begleitung von Goebbels und Hitler gewesen. Krüger war damals Mitte 20. Ob sich Hitler tatsächlich so häufig mit ihr umgeben hat, muss dahingestellt bleiben. Aber da sein Propagandaminister Goebbels ihrem Charme erlag, daran dürfte kaum ein Zweifel bestehen. Und genau deshalb musste sie auch weg. Magda wollte es so. Überzeugt von ihrem Talent zog Krüger nach Hollywood. Obwohl das Land mit Nazi-Deutschland noch nicht im Krieg war, war das ein überraschender Schritt, der auf der anderen Seite des Atlantiks für Aufmerksamkeit sorgen musste. Und genau das tat er auch, nämlich bei den Geheimdiensten FBI und OSS, dem Vorläufer der CIA. Sie beschatteten die blonde deutsche Schauspielerin, deren Nähe zu Goebbels bekannt war, praktisch vom Tag ihrer Ankunft in den USA. Zwar ging Krüger nach Hollywood, an den Ort also, an den es alle Schauspielerinnen und Schauspieler zieht. Im Januar 1940 checkt sie im noblen Beverly Wilshire Hotel ein und bezieht eine stattliche Suite. Ihre Suche nach Filmrollen aber ist erfolglos. Vermutlich waren ihre Talente, was das Filmmetier betrifft, nicht wirklich überzeugend, außerdem sprach sie nur schlecht Englisch. Dagegen tauchte sie schnell in die Szene der Reichen und Schönen ein. Die Miete ihrer Suite zahlte Jean-Paul Getty, der es als Ölmagnat zu einem der reichsten Männer der Welt gebracht hatte. Und wie zufällig war er zu dieser Zeit auch ein Anhänger des deutschen Führers Adolf Hitler. Getty, der sich auch als Kunstmäzen einen Namen machte, durfte zwar die Suite zahlen, zum Zug kam aber ein anderer, Paul von Gontar. Der Erbe, der Budweiser Brauerei, galt als reichster Mann der USA. Die Romanze mit Hilde Krüger dauerte ein Jahr. Ob Hilde Krüger von Anfang an den Auftrag für eine ganz besondere Rolle hatte, als sie im Jahr 1940 in die USA ging, oder ob ihr diese Rolle erst im Lauf des Jahres auf den Leib geschnitten wurde, ist heute nicht mehr zu sagen. Unzweifelhaft ist aber, dass der Chef der deutschen Abwehr, Wilhelm Canaris, die damals 28 Jahre in diesem Jahr als Spionin anheuerte. Canaris hatte wie Goebbels einen guten Blick für Talente. Ihn interessierten aber ganz andere Fähigkeiten als den Schürzenjäger aus dem Propagandaministerium. Canaris sah in der Blondenschauspielerin eine Frau, die erfolgreich wichtige Männer um den Finger wickeln konnte, zum Wohl des Dritten Reichs. Am Morgen des 9. Februar 1941 nähert sich ein Fahrzeug dem Grenzübergang von Nuevo Laredo. Im Fond des Wagens sitzt eine attraktive blonde Frau, die sich als Amerikanerin ausgibt. Bei ihrer Einreise nach Mexiko zeigt sie ein Empfehlungsschreiben, das ihre Identität bestätigt. Unterschrieben ist es von Jean-Paul Getty, dem reichsten Mann Amerikas. Die Beziehungen zu Getty ermöglichen ihr schließlich die Einreise nach Mexiko. Im Februar 1941 nimmt Krüger ihre neue Rolle an und siedelt nach Mexiko über. Ihr Auftrag? Der Aufbau von Beziehungen zu Mitgliedern des mexikanischen Kabinetts, um diese für deutsche Zwecke nutzen zu können. Ein Kinderspiel für die schöne Hilde. Hier entfaltete sie ihre wirklichen Talente. Seit dem Kriegseintritt Englands beäugt Deutschland argwöhnisch jede Regung jenseits des Atlantiks. Die Gestapo und die Abwehr werden beauftragt, das industrielle Potenzial der USA zu ermitteln und militärische Bewegungen zu observieren. Da es für Deutsche immer schwerer wird, sich in den USA frei zu bewegen, wählt man das Zentrum der Aktion südlich des Rio Grande. Mexiko hat nicht nur eine 3000 Kilometer lange schlecht gesicherte Grenze zum potenziellen Gegner. Das Land südlich der USA spielt eine wichtige Rolle für Nazi-Deutschland, denn es ist ein bedeutender Lieferant von Rohstoffen. Seit Präsident Lazao Cardenas 1938 alle ausländischen Ölfirmen verstaatlicht hatte, waren die Beziehungen, zu den von diesem Schritt am stärksten betroffenen Staaten USA und England gespannt. Deutschland sprang als Abnehmer von Rohstoffen gerne in die Bresche, konnte Mexiko durch viele wichtige Dinge wie Petroleum liefern. Aber die US-Behörden beäugten diese deutsch-mexikanischen Handelsbeziehungen stets kritisch und übten Druck auf die mexikanische Regierung aus, sie zu beenden. So stand Krüger auch in ihrer neuen Heimat Mexiko unter einer Dauerbeobachtung der Amerikaner. Bald schon meldeten die Agenten nach Washington, dass es sich hier um einen weiblichen Lockvogel für die deutsche Regierung handle und zudem um eine nicht nur wunderschöne, sondern auch promiskutive Frau. Offenbar trafen also Auftrag, Talent und Vorlieben bei Krügers neuer Arbeit zusammen. War sie auf der Leinwand wohl eher mäßig talentiert, so spielte sie ihre neue Rolle mit vollem Erfolg. Der Auftrag war klar. Die Infiltrierung mexikanischer Regierungspolitiker. Hilde wirft sich ins Nachtleben der Hauptstadt. Die charmante Blondine fällt auf. Ihre Anpassungsfähigkeit öffnet ihr die Türen zur hohen Gesellschaft. Bald kann sie all die beliebten Schlager der Revolution mitsingen. An manchen Abenden erzählt sie, sie schreibe in einem Buch über Malinj, die indianische Geliebte des Konquistadors Hernán Cortés. Ihre einnehmende Art zeigt bald Wirkung. Bald lernt sie den Staatssekretär im Finanzministerium Ramón Betata kennen, ihr erstes mexikanisches Opfer. Doch Hilde Krüger arbeitet sich von unten weiter empor. Innenminister Miguel Alemán hatte einen viel größeren Einfluss. Er mietete ihr ein Apartment in einem vornehmen Viertel und besuchte sich hier fast jede Nacht von 23 Uhr bis 4 Uhr früh. Diese Besuchszeiten hielten akribisch die amerikanischen Agenten fest, die zur Beobachtung der Deutschen abgestellt waren. Auch Juan Almazán, ein General, der zu dieser Zeit als der kommende Präsident galt, wickelte sie um den Finger, ebenso Außenminister Ezequiel Padilla. Es scheint, als habe die gesamte mexikanische Führungsriege beim Anblick der Deutschen den Kopf verloren. Die Liaison mit Mexikos damaligem Innenminister Miguel Alemán erwies sich als besonders nützlich. Er besorgte die erforderlichen Visa, mit denen Deutschland rund 300 Spionen nach Mexiko einschleusen konnte. Zusätzlich schmuggelte er kriegswichtige Rohstoffe wie Petroleum und Quecksilber nach Deutschland. Viele Politiker und Bürokraten verdienten gut an diesen geheimen Geschäften und viele von ihnen waren Bekannte von Krüger. Erstaunlicherweise durfte sie trotz ihrer Überwachung im Spätsommer 1941 nochmals in die USA einreisen. Als Referenz für das Einreisevisum trat unter anderem der Schauspieler Erl Flynn auf, der zu dieser Zeit zu den berühmtesten Hollywood-Schauspielern gehörte. Sie fuhr nach Los Angeles, wo sie an einem Empfang des deutschen Generalkonsuls teilnahm. Die US-Agenten berichteten, sie sei sehr provokant gekleidet gewesen, habe sich heillos betrunken und laut Heil Hitler gegrölt. Mit dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor im Dezember 1941 schien sich kurz nach diesem Ereignis alles zu ändern. Das State Department beschließt, die mexikanische Regierung über das Spionagenetz der Nazis in Kenntnis zu setzen. Eine Liste mit 24 Agenten wird übergeben, mit dabei Hilde Krüger. Innenminister Miguel Alemán, so heißt es in dem Schreiben, sei zum Vertreter deutscher Interessen in Mexiko geworden. Auf Druck der USA werden Krüger und zahlreiche andere Spitzel im März 1942 festgenommen. Doch wie durch ein Wunder wurde sie kurze Zeit später, im Gegensatz zu den anderen, wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Einfluss ihres Liebhabers Alemán reichte bis ins Justizsystem. Obwohl zwei Monate später Mexiko Deutschland den Krieg erklärte, blieb Hilde unbehelligt. Sie konnte sogar wieder als echte Schauspielerin tätig werden und spielte 1942 in ein paar mexikanischen Filmen mit. Dafür nannte sie sich in Hilda Krüger um. Und um im Land bleiben zu können, heiratete sie einen reichen Playboy mit Namen Nacho de la Torre, Enkel des Präsidenten Porfirio Diaz. In dessen Villa in Cuernavaca frönt sie weiter dem Leben des Jetsets, interessiert sich aber auch für die Kultur ihres Gastlandes und belegt an der Universität UNAM Kurse in mexikanischer Geschichte. Hilde Krüger steht außerdem auch wieder für mexikanische Produktionen vor der Kamera und gibt die verführerische Fremde. Doch die Ehe hält nicht lang. Auf einer Reise lernt sie den Venezuelaner Julio Lobo Olavaria kennen, bekannt als Zuckerkönig von Kuba. Einen Venezuelaner, der auf der Karibikinsel ein riesiges Imperium geschaffen hat. Sie verlässt ihren mexikanischen Playboy und geht mit Lobo nach Spanien. Ab dieser Zeit versank das Leben der Hilde Krüger im Ungewissen. 1958 tauchte sie noch einmal in einem schweizerischen Spielfilm auf, die Komödie Eine Reinfahrt, die ist lustig. Wahrscheinlich zog sie irgendwann nach New York. In einer TV-Dokumentation namens La Red Nazi en Mexico, zu deutsch das Nazi-Netzwerk in Mexiko, kommt eine Freundin aus Hildes Tagen in Mexiko zu Wort. Ida Rodriguez, mittlerweile eine alte Frau, erzählt von einem letzten Treffen. Damals habe die Ex-Agentin sie freundlich in ihrer Wohnung in New York empfangen. Nach drei Stunden war das schwelgenden alten Erinnerungen vorbei. Da wartete am Eingang ein Wagen auf die Deutsche. Wer drinnen saß, konnte Rodriguez nicht sagen. Doch hier verliert sich die Spur der Spionen und Schauspielerinnen. Ihr Todestag und nicht einmal das Todesjahr sind bekannt. Unterschiedliche Quellen sprechen von 1991 oder von 2002. Das passt, denn Hilde Krüger war eine Frau, die viele Geheimnisse mit ins Grab nahm. Sie träumte von einer Karriere beim Film, doch ihre Paraderolle spielte Hilde Krüger im echten Leben. Als Spionin und als femme fatale. Stephanie von Hohenlohe wurde auch Hitlers Vermittlerin genannt. Sie kam als Stephanie Richter in Wien zur Welt. Stephanie Hohenlohe wurde in bürgerliche Verhältnisse geboren, der Vater war Rechtsanwalt. Das ehrgeizige Mädchen wusste wohl früh, was sie wollte. Nachdem sie mit 14 Jahren einen Schönheitswettbewerb gewonnen hatte, gelang es ihr, Verbindungen zu kaiserlichen Kreisen zu knüpfen, in denen sie von Prinz Friedrich Franz zu Hohenlohe Waldenburg-Schillingfürst ein Kind erwartete. Der Kaiser sorgte diskret für eine Hochzeit, andernfalls hätte es einen gesellschaftlichen Skandal gegeben, auf den das Herrscherhaus gut verzichten konnte. Auch wenn die Ehe nur ein paar Jahre hielt, so war Stephanie doch am Ziel. Sie gehörte jetzt der Adelsschicht an, denn auch nach der Scheidung behielt sie ihren Adelstitel. Sie nutzte diese Position, um nach dem Ende des Reiches der Habsburger 1918 für ihren neuen ungarischen Landesherrn diplomatische Aufträge zu übernehmen und als aristokratische Vermittlerin für Horthy zu arbeiten. Einer davon führte sie nach London, wo sie Lord Rothermere kennenlernte. Lord Rothermere, ein britischer Zeitungsverleger und Pressezar, war ein Anhänger Hitlers und hoffte, zwischen NS-Deutschland und der britischen Regierung vermitteln zu können. Er erkannte schnell Stephanies Talent, Männer für sich einzunehmen. Und so verfiel er auf den Gedanken, sie nach Berlin zu schicken, um bei Hitler für ihn vorstellig zu werden. Stephanie übernahm den Job gerne, vor allem wohl, weil Rothermere sie gut dafür bezahlte. Aber sie fühlte sich in den kommenden Jahren auch im Mittelpunkt der Geschichte, wie sie selbst schrieb. Ihr Aufstieg bis in die Höhen der Politik war ebenso erstaunlich wie zielgerichtet. Hitler mochte sie wohl von Anfang an. Schon bei ihrem ersten Besuch im Dezember 1933 in der Berliner Reichskanzlei begrüßte er sie mit Handkuss zum Tee. Hitler war auch keineswegs so prüde wie sein Reichskanzlei-Chef Hans Lamers, der regelrecht schockiert wirkte, als er beim zweiten Besuch wenige Wochen später der Rockbiss über das Knie rutschte. Stephanie selbst will dagegen vom Führer keineswegs angetan gewesen sein. Hitler habe auf sie wie ein kleiner Angestellter gewirkt, völlig unbedeutend. Auch sein Äußeres war ihr, glaubt man ihren späteren Aufzeichnungen, keineswegs angenehm. Das hässlichste an seiner Erscheinung sind seine Nase, sein Schnurrbart, sein Mund und seine Füße. Seine Nase ist unproportioniert, der Teil zwischen den Nasenlöchern ist sehr hässlich geformt, sodass man dauernd hinschauen muss und sich fragt, was das ist, schreibt sie später. Auch sein zu kleiner Mund sei unappetitlich und verforme sich zu einem hässlichen kleinen Loch. Auch über solche Äußerlichkeiten sah sie gerne hinweg, da sie auch sein Haar und seine blauen Augen bewunderte. In den folgenden Jahren kam es zu mehreren Treffen Stephanies mit Hitler. Stets war sie im Auftrag, Rothermeels unterwegs. Die zwei Tage auf dem Obersalzberg Anfang 1937 sollten ihr noch lange in guter Erinnerung bleiben. Während des Führers geliebte Eva Braun sich wie so oft beim Besucher anwesend waren in ihrem Zimmer aufhalten musste, saßen Rothermeer, die Prinzessin und Hitler zusammen, plauderten und sprachen über die große Politik. Hitler streichelte seinem weiblichen Gast übers Haar und kniff ihr vertraulich in die Wange. Das war für sie eine geübte Männerkennerin der Beweis dafür, dass der Führer nicht, wie oft gemunkelt wurde, homosexuell veranlagt sei, sondern ganz stocknormal, schreibt ihre Biografin Martha Schad. Zum Abschied soll Hitler ihr einen jungen Schäferhund geschenkt haben, den sie Wolf taufte, nach Hitlers Spitznamen. Die Besucherin bedankte sich artig per Brief und attestierte Hitler, sie sind ein charmanter Hausherr. Sie habe jede Minute des Aufenthaltes genossen. Hitler scheint diese attraktive Frau, die genau wusste, wie sie die Männer zu nehmen hatte, vom ersten Treffen in der Reichskanzlei geschätzt zu haben. In der Zwischenzeit hatte die Prinzessin einen Mann aus Hitlers Umgebung näher kennengelernt, der noch eine bedeutende Rolle in ihrem Leben spielen sollte. Fritz Wiedemann, einer von Hitlers persönlichen Adjutanten. Wiedemann, verheirateter Vater von drei Kindern, verliebte sich in Stephanie und fortan gingen beide eine engere Verbindung ein, ohne dass Fritz sich von seiner Frau trennte oder seine Liaison auch nur vor ihr geheim hielt. Ob die Prinzessin auch verliebt war, muss dahingestellt bleiben. Beeindruckt aber war sie sicher von dem gut aussehenden Mann. Martha Dodd, die Tochter des US-Botschafters in Berlin und eine weitere Spionin, über die wir später noch sprechen werden, ist selbst für vieles bekannt, aber gewiss nicht für eine übertriebene Zurückhaltung Männern gegenüber. Sie schwärmte auch von Fritz Wiedemann. Aber sie attestierte ihm auch eine primitive Intelligenz und empfand ihn als schlau und verschlagen. Stephanie kehrt schließlich zurück nach England. Im Juni 1938 er alte Stephanie in London, die dort als Hitlers Prinzessin bezeichnet wurde und gute Kontakte in nazifreundliche Kreise der englischen Oberschicht pflegte, ein überraschender Ruf nach Berlin. Hitler wollte sie sehen. In der Reichskanzlei plauderte er vier Stunden mit ihr und steckte ihr bei der Gelegenheit das goldene Parteiabzeichen der NSDAP an. Eine Ehrung, die nur sehr wenigen Menschen verliehen wurde. Die Begründung lautete, sie habe sich um die nationalsozialistische Bewegung und um die Erreichung ihrer Ziele besonders verdient gemacht. Diese Auszeichnung sorgte in der Partei und auch im Umfeld Hitlers für große Empörung. Kein Wunder, denn Stephanie hatte in den Augen überzeugter Nationalsozialisten einen Makel, der doch nichts gut zu machen war. Sie war Jüdin. Beide Elternteile waren jüdischer Abstammung. Doch Hitler störte sich daran nicht. Schließlich schien sie ganz oben angelangt zu sein, als er ihr auch noch das Schloss Lebholzkronen bei Salzburg zur Nutzung überließ. Es hatte zuvor den berühmten Berliner Theaterregisseur Max Reinhardt, der wegen der Nazis in die USA emigriert war, gehört. Was war von Hohenlohe nun für Hitler? Stephanie von Hohenlohe war eine von drei Aristokratinnen, die für Hitler als Vermittler zwischen den Diplomaten verschiedenster Länder arbeitete. Dazu gehörten auch der Herzog von Coburg und Prinz Max von Hohenlohe. Vermittler nutzten ihr Charisma und ihre Verbindungen und agierten als Go-between, um Missverständnisse zwischen Staatsoberhäuptern und Regierungen zu lösen oder einen Kanal für künftige Krisensituationen zu schaffen. Vermittler versteckten sich hinter persönlichen Gesprächen und vermieden es normalerweise, schriftliche Aufzeichnungen zu hinterlassen. Sie waren unsichtbar und konnten unentdeckt agieren. Im Gegensatz zu Diplomaten, deren Kommen und Gehen bemerkt wurde, wurde das plötzliche Auftauchen von aristokratischen Vermittlern nicht von der Presse registriert. Es wurde angenommen, dass es sich lediglich um einen Besuch bei Verwandten und Freunden handelte. Vermittler fielen außerdem nicht unter die Kontrolle des Parlaments und konnten nicht von einer Kommission überwacht werden. Wenn man also Gespräche nicht aufzeichnen und geheim halten wollte, war es daher ideal, einen Vermittler einzusetzen. Ein weiterer Grund für deren Verwendung war, dass der Regierungschef seinen eigenen Diplomaten nicht vertraute. Dies geschah bei Hitler, der bis 1938 den Verdacht hegte, sein eigenes Außenministerium sei vollständig nazifiziert. Diplomatie in ihrer traditionellen Form wurde von ihm verachtet. Er zog es daher vor, dass seine auserwählten Nazi-Aristokraten wichtige Botschaften für ihn überbrachten, so auch Stefanie von Hohenlohe. Sie hat im Laufe der Jahre viele Namen getragen. Man nannte sie eine Prominente, eine rücksichtslose Spionin und eine erstklassige Prostituierte. Sie war eine Kombination aus all dem, aber vor allem war sie eine Vermittlerin, die für Ungarns Staatsoberhaupt Admiral Horthy, für Hitler Göring und den Pressebaron Lord Rothermere arbeitete. Ob es dabei auch zu Spionagetätigkeiten kam, ist unklar. Es ist aber wichtig zu erwähnen, dass die Personen untereinander oft nichts von Stephanies vielen Vermittlerrollen wussten. Doch als Stephanie gerade ganz oben angelangt war, begann ihr Abstieg schon wieder. Ihr geliebter Wiedemann hatte mehr und mehr Probleme mit der Politik. Er wurde immer Hitlerkritischer, ein Umstand, der dem Führer natürlich nicht verborgen blieb. Und so wollte er ihn loswerden. Als ihm nun auch noch die Liebschaft Wiedemanns mit der Prinzessin zugetragen wurde, war das Maß für Hitler voll. Wiedemann fiel in Ungnade und Hitler schob ihn als Generalkonsul nach San Francisco ab. Mit seinem Stern erlosch auch der Stephanies. Ihre zahlreichen Feinde in der NS-Führung sahen jetzt die Chance gekommen, sie loszuwerden und nutzten dafür ihre jüdische Herkunft. Inzwischen war Stephanie auch in England nicht mehr wohlgelitten. 1939 lief alles auf einen Krieg mit Deutschland hinaus und so verlor Hitler mehr und mehr seine Anhängerschaft auf der Insel. Stephanie entschied sich daher, Wiedemann nach Amerika zu folgen. Als sie im Hafen von New York eintraf, war bereits das FBI vor Ort, denn der Chef des Geheimdienstes, Edgar J. Hoover, ging davon aus, dass sie wie ihr Freund Wiedemann für Nazi Deutschland spionieren werde. Geheim blieb ihre Ankunft ohne dies nicht. Während ihre 106 Gepäckstücke verladen wurden, stützte sich eine Meute von Journalisten und Fotografen auf sie. Stephanie war eben eine Berühmtheit, nicht nur in England, sondern auch in den USA. Nach ihrer Ankunft in New York entdeckte die Prinzessin ihre große Gegnerschaft zu Hitler, den sie noch kurz vorher so verehrt hatte. Ihre Bekanntschaft zu ihm wollte sie mit einem Buch kommerziell vermarkten. FBI-Chef Hoover ließ sie ebenso wie Wiedemann auf Schritt und Tritt verfolgen, auch nachdem beide sich in San Francisco wiedergetroffen hatten. Hoover sah in Stephanie eine Nazi-Spionin und eine Gefahr für die Sicherheit der Vereinigten Staaten. Im November 1940 verkündete er, sie sei schlimmer als 10.000 Männer. Zu dieser Zeit lief ihr Visum ab und die Prinzessin musste die USA verlassen. Doch sie weigerte sich. Da sie seit dem Ende von Österreich-Ungarn im Jahr 1918 ungarische Staatsbürgerin war, hätte sie dorthin ausreisen müssen. Kurzzeitig wurde sie sogar interniert und Präsident Franklin Roosevelt forderte genervt die rasche Abschiebung. Doch in dieser Situation spielte sie noch einmal ihre Qualitäten aus. Weil der Fall in den USA Schlagzeilen machte, besuchte Major Lemuel Schofield, der Leiter der Einwanderungsbehörde, sie in der Haft. Bei diesem Besuch verliebte sich Schofield Hals über Kopf in die 49-Jährige und sorgte für ihre Freilassung. Und mehr noch, Stephanie bekam die Erlaubnis, in den USA zu bleiben. Die Beziehung mit Wiedemann ging just zu dieser Zeit auseinander, da sie ihm Geld schuldete, das sie nicht zurückzahlte. Nach dem japanischen Angriff auf die USA im Dezember 1941 wurde sie dann noch interniert. Sie kam erst einen Tag nach der deutschen Kapitulation am 9. Mai 1945 wieder frei. Sie blieb in den USA und lebte mit Schofield zusammen. Noch einmal gelang es ihr, Kontakte nach ganz oben zu knüpfen. Sie vermittelte für deutsche Medien Interviews mit US-Politikern wie Präsident John F. Kennedy. Im Juni 1972 starb sie dann. Geboren als Bürgerliche gelangte Stephanie zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, durch Heirat erst in den Adelstand und schmeichelte sich dann bei Adolf Hitler ein. Welches Bild bleibt von ihr? War sie eine Spionin? Interessant ist es, dass sie auf jeden Fall rücksichtslos ihre Reize einsetzen und skrupellos sein konnte. Sie suchte die Nähe zu Hitler ganz bewusst und geht in die Geschichte ein als seine Spionin. Dennoch war sie aber eine selbstbewusste und mutige Jüdin, der es gelang, sich in der Zentrale des Antisemitismus festzubeißen und selbst den obersten Judenhasser Deutschlands zu betören. Martha Dodd wurde am 8. Oktober 1908 in Ashland Virgin als Tochter des Historikers, Universitätsprofessors und späteren Diplomaten William Dodd geboren. Sie wuchs in Chicago auf, wo sie die höhere Schule und die Universität besuchte. Später studierte sie auch in Washington und Paris und war dann kurze Zeit als Journalistin beim Chicago Tribune tätig. Als ihr Vater von 1933 bis 1938 sein Land als Botschafter in Berlin vertrat, begleitete sie ihn. Kurz zuvor hatte sie sich mit dem New Yorker Bankier George Bassett Roberts verheiratet, vor dem sie jedoch schon 1934 geschieden wurde. Der Auftrag kam für William Dodd als ihren Vater völlig überraschend. Kurz nach seiner Wahl meldete sich der neue US-Präsident Franklin D. Roosevelt im Sommer 1933 bei dem Professor und Deutschlandkenner und fragte an, ob er nicht Lust habe, als Botschafter nach Berlin zu gehen. Dort zögerte durchaus, weil er alles, was mit dem Nationalsozialismus zu tun hatte, zutiefst verachtete. Und die Nationalsozialisten hatten eben gerade die Macht übernommen. Doch dann sagte er zu, aus patriotischem Pflichtgefühl und sicher auch in der Aussicht auf eine zweifellos spannende Zeit in der Machtzentrale Adolf Hitlers. Als dort im Sommer 1933 nach Deutschland fuhr, hatte er seine ganze Familie dabei. Dazu gehörte auch seine Tochter Martha, eine damals 24-jährige Journalistin, die bei der Chicago Tribune als Literaturkritikerin arbeitete. Martha war begeistert über den Umzug, denn anders als ihr Vater hatte sie ein positives Bild vom nationalsozialistischen Deutschland. Schon bald nach ihrer Ankunft tauchte Martha tief in das gesellschaftliche Leben Berlins ein. Schon die zahlreichen diplomatischen Empfänge, zu denen sie ihren Vater begleitete, boten Gelegenheit, führende NS-Funktionäre wie Josef Goebbels, Hermann Göring oder Heinrich Himmler persönlich kennenzulernen. Dort war eine attraktive und lebenslustige junge Frau, die, das war bekannt, den Männern sehr zugetan war. Und das galt auch umgekehrt. So blieb es nicht aus, dass sie rasch die nähere Bekanntschaft von führenden NS-Funktionären machte. Und es dauerte nicht lange, da brodelte die Gerüchteküche. Immer wieder wurden ihr Affären nachgesagt. Und vermutlich waren die Männergeschichten wohl mehr als Gerüchte. Zu dieser Erkenntnis kam zumindest der sowjetische Geheimdienst NKWD. So soll dort unter anderem mit Hitlers persönlichem Adjutanten Fritz Wiedemann, also derselbe, mit dem auch die Prinzessin Hohenlohe zu tun hatte, angebandelt haben. Er übte auf sie eine große Anziehungskraft aus. Auch zum ersten Gestapo-Chef Rudolf Diels kam sie wohl in näheren Kontakt. Ebenso zu Hitlers Auslandspressechef Ernst Putzi Hanfstengel und Ernst Udet, dem bekannten Flieger aus dem Ersten Weltkrieg. Auch Hitler lernte sie persönlich kennen. Dazu kam es, als Ernst Hanfstengel sie zu einem Gespräch mit dem Führer ins Hotel Kaiserhof einlud. Offenbar hatte der Hitlervertraute die Hoffnung, die beiden könnten ihre Zuneigung zueinander entdecken. Angeblich lockte er sie mit den Worten, Hitler braucht eine Frau. Martha, sie sind eine Frau. Aber Martha war nicht beeindruckt von ihrem Gegenüber. Ihre Sichtweise auf Nazi-Deutschland war zunächst positiv, allerdings in einer sehr naiven Weise. Wirklich beurteilen konnte sie in der ersten Zeit in Berlin die Zustände in dem Land, in dem gerade eine Diktatur errichtet und Regimegegner brutal ermordet, in Lager gesteckt wurden oder ins Ausland flohen, gar nicht. Das änderte sich, als sie 1934 eine Reise durch Deutschland machte und in Nürnberg eine Szene verfolgte, die sie sehr empörte. Damals wurde eine junge Frau mit kahlgeschorenen Haaren von einer lärmenden Menge durch die Straße geführt, weil sie mit einem Juden zusammen war. Auch die Nacht der langen Messer, also der Römputsch vom 30. Juni 1934, öffnete ihr die Augen, wer da eigentlich im Dritten Reich an der Macht war. Dass Hitler brutal seine Gegner umbringen ließ, versetzte ihrem positiven Bild vom Nationalsozialismus einen tiefen Schlag. Von nun an entwickelte sie sich zu einer Nazi-Gegnerin. Über Hitler schrieb sie 1939. Wenn ich eine Charakteristik Hitlers in einigen kurzen Worten zu geben hätte, so würde ich sagen, dass er der fanatischste, fast am Rande des Wahnsinns stehende Mensch ist, der unter allen Staatsmännern der modernen Welt nicht seinesgleichen hat. Hitler sei ein besessener Wahnsinniger, dem Wahnsinn, Niedertracht und das völlige Fehlen von Geist und Intellekt ins Gesicht geschrieben stünden. Sein Judenhass führte sie auf einen akuten Kastrationskomplex zurück, ein anderes Mal auf einen verqueren Mutterkomplex. Ihre wachsende Gegnerschaft zu den Nationalsozialisten hatte ganz entscheidend auch mit einem Mann zu tun, der kein Nazi war, sondern Kommunist. Boros Vinogradov. Boros Vinogradov arbeitete offiziell als Sekretär an der sowjetischen Botschaft in Berlin. Tatsächlich wurde er als Spion nach Deutschland geschickt. Seine Aufgabe lautete, er sollte sich als Romeo an Martha dort heranmachen und versuchen, über sie Informationen aus der US-Botschaft abzuschöpfen. Vinogradov machte seine Sache so gut, dass Martha sich hemmungslos in ihn verliebte. Ob diese Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruhte, muss dahingestellt bleiben. Zur selben Zeit hatte sie aber auch eine Liaison zu Prinz Louis Ferdinand von Preußen, dem Sohn des Kronprinzen. Das sei, so meinte sie, eine perfekte Maske. Denn die Beziehung zu Vinogradov war in Berlin nicht geheim geblieben und bot schon bald Anlass zu dem Verdacht, sie arbeite für die Sowjets. Nachdem Martha 1935 ein paar Wochen auf Einladung der Moskauer Regierung durch die Sowjetunion gereist war, mutierte ihre frühere Nazifreundlichkeit endgültig zu einer Vorliebe für das bolschewistische Russland. Sie bot Vinogradov an, ihren eigenen Vater auszuspionieren. Der großen Liebe war allerdings kein Glück vergönnt. Vinogradov wurde schließlich wieder nach Moskau abberufen. Martha aber blieb zurück, in der Hoffnung auf ein Wiedersehen und schließliches Zusammenleben. Doch daraus sollte nichts werden. 1937 hielt es ihr Vater in Deutschland nicht mehr aus und wollte unbedingt zurück in seine Heimat. Martha entschied sich, mit der Familie zurückzufahren. Die Naziführung verfolgte die weitere Entwicklung mit Argus-Augen. Denn Martha kündigte an, dass sie ein Enthüllungsbuch über das Dritte Reich schreiben wollte. Das aber konnte wegen der angeblichen oder tatsächlichen Affären peinlich werden für die NS-Führung. Würde dort der amerikanischen Öffentlichkeit über ihre Liebschaften in Berlin berichten, so würde das ein schlechtes Licht auf die NS-Führung werfen. Martha schrieb tatsächlich ihr Buch »Aus den Fenstern der Botschaft«. Es erschien 1939 in den USA und im folgenden Jahr auch in England. Das Werk, eine Ansammlung aus Alltagserlebnissen, Schilderungen von Nazi-Größen und Beurteilungen über Deutschland, wurde sogar ein Bestseller. Kurz vor dem Ausbruch des Krieges sagte die Autorin voraus, dass Hitler die Juden umbringen und Europa unterjochen werde. Das Buch wirkte daran mit, vielen Amerikanern die Augen dafür zu öffnen, was in NS-Deutschland abging. Bis dahin war ein großer Teil der amerikanischen Bevölkerung daran eher desinteressiert gewesen. Natürlich tobte Propagandaminister Joseph Goebbels, aber andernseits konnte er auch aufatmen. Denn über ihre Affären hatte dort sich nicht ausgelassen. Als sie zwei Jahre später gemeinsam mit ihrem Bruder auch die Erinnerungen ihres inzwischen verstorbenen Vaters herausgab, musste sie viel Kritik einstecken. Denn in dem Buch wurden der NS-Führung die Namen mancher heimlicher NS-Gegner wie auf dem Tablett präsentiert. Ihre Liebe zu Vino Gradov blieb bestehen. Allerdings sollte Martha dort ihn niemals wiedersehen. Denn ihr Romeo aus der Berliner Zeit war inzwischen beim sowjetischen Diktator Stalin in Ungnade gefallen und hingerichtet worden. Er war schon tot, als Martha ihm immer noch Liebesbriefe schrieb. Allerdings heiratete sie 1938 einen anderen Mann, Alfred Kaufmann Stern. Bei ihm handelt es sich um einen Millionär mit linken politischen Vorlieben. Martha hatte sich in der Zwischenzeit zielgerichtet dem sowjetischen Geheimdienst NKWD angedient. Dort sah man die Tochter aus gutem Bürgerhause zwar durchaus kritisch. Zitat Sie sieht sich selbst als Kommunistin und gibt vor, die Ziele des Parteiprogramms zu verfolgen. In Wirklichkeit ist sie eine typische Repräsentantin der amerikanischen Bohème, eine sexuell verfallene Frau, bereit mit jedem attraktiven Mann zu schlafen. So hieß es in einem NKWD-Bericht vom Februar 1942. Andererseits hatte Martha auch in den USA Zugang zu Prominenten. Und ihr Ruf in der Öffentlichkeit war seit der Veröffentlichung ihres Buches tadellos, galt sie doch als eine aktive Gegnerin Nazi-Deutschlands. Über ihren NKWD-Kontaktmann in New York, Ishkak Akmerov, bekam sie Kontakt zu dem berüchtigten Spionagering von Jack Sobel. Es gelang ihr über eine Kontaktperson, den US-Geheimdienst OSS zu infiltrieren. Obwohl sie die Sowjetunion in ihrem Buch in rosigen Farben gemalt hatte, wäre wohl niemand darauf gekommen, dass Martha und auch ihr Mann Alfred für die Sowjets spionierten. Stern gründete einen Musikverlag, der als Fassade für die Übermittlung von Informationen an den KGB, wie der NKWD seit 1954 hieß, genutzt wurde. Er versuchte ebenfalls Botschafter zu werden und spendete der demokratischen Partei Roosevelts sogar 50.000 Dollar. Aber aus dem Plan wurde nichts. Martha und Alfred gerieten 1948 ins Visier des FBI. Ihre FBI-Akte wuchs im Laufe der Jahre auf 10.400 Blatt. Als die beiden 1956 als Zeugen über Spionageaktivitäten des KGB vom FBI befragt werden sollten, gerieten sie in Panik und flohen über Mexiko nach Prag. Ihr Antrag, in die Sowjetunion einreisen zu dürfen, wurde erst genehmigt, nachdem sie Gefahr liefen, vor einem US-Gericht wegen Spionage angeklagt zu werden. Von 1963 bis 1970 lebten sie in Kuba, dann zogen sie nach Prag zurück. Dort starb Martha Dodd 1990. Es bleibt ein Rätsel, warum Martha Dodd sich früh und scharfsinnig mit dem Nationalsozialismus befasste und ihn durchschaute, aber zugleich eine Anhängerin der stalinistischen Sowjetunion wurde, die NS-Deutschland in ihrer Brutalität gegen Andersdenkende in Nichts nachstand. Aber dieses Schicksal teilt sie mit einer ganzen Reihe anderer Intellektueller. Ob sie letztendlich auch Informationen über Nazi-Deutschland weitergab oder ihren Vater wirklich ausspionierte, muss dahingestellt bleiben. Ruth Werner, geboren als Ursula Maria Kuczynski, wurde am 15. Mai 1907 als Tochter von René Kuczynski geboren, eines deutsch-jüdischen Ökonomen. Sie hatte eine behütete und privilegierte Kindheit in Berlin. Im Alter von 19 Jahren trat sie der Kommunistischen Partei Deutschlands bei. Sie heiratete Rolf Hamburger, einen Architekten und sowjetischen Agenten und die beiden zogen nach Shanghai in China. Dort begann sie für die kommunistische Zeitung Rote Fahne zu schreiben. Sie machte kein Geheimnis aus ihrem Wunsch als Agentin arbeiten zu wollen und sie hoffte, dass man sie in China kontaktieren würde. Kurz nach ihrer Ankunft 1930 lernte sie die amerikanische Journalistin Agnes Smadley kennen, deren politische Haltung stark links war. Vier Monate nach ihrer Ankunft stellte Agnes Ruth Richard Sorge vor, einen hochrangigen sowjetischen Agenten, der ein Jahr lang in Shanghai gearbeitet hatte und sie anwarb. Während sie die harmlose Hausfrau und bald auch die geschäftige Mutter eines Kleinkinds mimte, stellte sie mittlerweile unter ihrem Agenten namen Sonja ihr Haus für heimliche Treffen der chinesischen Kommunisten zur Verfügung. Die arbeiteten auf den Sturz von Chiang Kai-shek hin, dem Gegenspieler von Mao Zedong, während des chinesischen Bürgerkriegs zwischen 1927 und 1949. Sie versteckte Dokumente und Waffen auf ihrem Dachboden, leistete Kurierdienste und horchte an gesellschaftlichen Anlässen Regierungsvertreter und Exponenten der deutschen Exilgemeinde aus. Alles ohne das Wissen ihres Mannes. Nicht überraschend verschlechterte sich ihre Ehe und sie verließ Hamburger in Shanghai. Sie nahm ihren Sohn mit in die Tschechoslowakei und ließ ihn bei Verwandten zurück, als die GRU, der sowjetische Geheimdienst, sie bat, nach Moskau zu kommen, um dort ausgebildet zu werden. Sie war nicht nur mutig und intelligent, sondern auch hoch motiviert, für die Sowjetunion zu arbeiten. Denn diese orchestrierte den kommunistischen Widerstand gegen die Nazis in ihrer Heimat. Kurz nach Hitlers Machtübernahme, als ihre jüdische Familie aus Deutschland hatte flüchten müssen, nahm sie das Angebot des russischen Geheimdienstes an, sich als Spionen ausbilden zu lassen. In einem Schulungszentrum in der Nähe von Moskau lernte sie unter anderem, wie man Sprengstoff herstellt, Funkgeräte baut und Nachrichten schiffriert. Dank diesen Fertigkeiten und einer Portion Glück sollte es ihr gelingen, in der Schweiz die sogenannte Rote 3, eine der bedeutendsten Nachrichtenlinien des Zweiten Weltkriegs aufzubauen und die Schweizer Spionageabwehr auszutricksen. Sie lernte Standardspionagefähigkeiten, Russisch, Morsicode und wie man Sender und Empfänger baut. Nach ihrer Ausbildung 1934 fuhr Sonja mit ihrem Sohn in die von Japan besetzte Manchurei, wo sie zusammen mit ihrem lettischen Führungsoffizier eine harmlose Kleinfamilie spielte. In Tat und Wahrheit aber verfolgte Kommunisten versteckte und als Funkerin arbeitete. Aus der Tarnung wurde bald Liebe und als Sonja Hals über Kopf aus der Manchurei fliehen musste, war sie mit ihrer Tochter Janina schwanger. Als nächstes schickte die Zentrale in Moskau sie und ihren Ehemann Rudi Hamburger nach Polen. Hier brachte sie im Frühling 1936 eine Tochter zur Welt, die Hamburger wie sein eigenes Kind behandelte, obwohl er wusste, dass er nicht der biologische Vater war. Die nächsten zwei Jahre lebte die Familie in Danzig, die als freie Stadt zwar formal unter der Schutzherrschaft des Völkerbunds stand, de facto aber weitgehend von den Nazis kontrolliert wurde. Sonjas Aufgabe bestand darin, als Funkerin die Verbindung der lokalen kommunistischen Untergrundbewegung mit Moskau sicherzustellen. Die Zentrale war begeistert von ihrer Arbeit. 1938 wurde sie nach Moskau bestellt, wo ihr der Rot-Banner-Orden die höchste Auszeichnung der Roten Armee für militärische Heldentaten verliehen wurde. Wie sie ihn verdient hatte, war ihr ein Rätsel. Es war mir auch egal, schrieb sie später. Ich trug keine Uniform und hätte nicht vorschriftsmäßig grüßen können, vom exakten Marschieren ganz zu schweigen. Doch auch ohne perfektes salutieren, war Ursula Kuczynski, genannt Sonja, eine stramme Parteisoldatin. Während ihres Moskau-Aufenthalts fielen viele ihrer Freunde und Bekannte, die sich vor den Nazis in Sicherheit gebracht hatten, den stalinistischen Säuberungen zum Opfer. Später behauptete sie, von all dem nichts geahnt zu haben. Doch das ist wenig glaubhaft. Wie Millionen andere, schreibt ihr Biograf McEntire, hielt sie den Mund, beschwerte sich nicht und fragte sich, wer der Nächste sein würde. Als sie Sonja im Sommer 1938 in der Schweiz unter dem falschen Namen Ursula Schulze niederließ, war sie 31 Jahre alt und seit sieben Jahren Spionen. Ihre zwei kleinen Kinder und die Kinderfrau waren als Tarnung von unschätzbarem Nutzen. Diese Tarnung war für sie als Spionen unerlässlich. Sie mietete oberhalb von Montreux ein Haus, es hieß, passend für eine Agentin, La Toppenière, der Maulwurfshügel. Sonja und Rudi Hamburger hatten sich auseinandergelebt. Nach einem kurzen Besuch in der Schweiz zog er nach Shanghai, wohin der sowjetische Geheimdienst mit seiner ersten klandestinen Mission betraute. Die Kinder blieben bei ihr. Nach der gefährlichen und aufreibenden Arbeit in Danzig genoss sie die Sicherheit in der Schweiz und die Zeit, die sie für die Kinder hatte. Doch der Aufstieg der Nazis bedrückte sie. Als das Münchner Abkommen abgeschlossen wurde, was die Tschechoslowakei im September 1938 verpflichtete, das Sudetenland an Deutschland abzutreten, schrieb sie an ihre Eltern. Unsere Stimmung ist natürlich genau wie bei euch unter dem Nullpunkt. Sonja hatte den Auftrag, einen gegen Nazi-Deutschland gerichteten Spionage-Ring aufzubauen. Der Engländer Alexander Food wurde ihr erster Agent. Bis vor kurzem hat er im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft. In seinen Memoiren beschreibt er, wie er Sonja an einem bestimmten Tag vor der Hauptpost in Genf treffen sollte. Zitat, ich solle ein weißes Halstuch tragen und in meiner rechten Hand ein Ledergürtel halten. Punkt zwölf Mittags würde ich von einer Frau angesprochen werden, deren Einkaufsnetz mit einem grünen Paket darin tragen würde. Außerdem würde sie eine Orange in der rechten Hand halten. Sie würde ihn auf Englisch fragen, wo er den Gürtel gekauft habe und er müsse in einem Eisenwarengeschäft in Paris antworten. Dann sollte ich sie fragen, wo ich eine Orange wie die ihre gekaufen könne und sie würde sagen, dass ich sie für einen englischen Penny haben könne. Das klang wie an einem billigen Agentenroman, hatte es aber in sich, wie Food feststellen musste. Es schien so, als ob alle Hausfrauen von Genf auf die glorreiche Idee gekommen wären, ihre Angehörigen mit einer lieben kleinen Orange beim Mittagessen zu erfreuen. Und das gesamte Einwickelpapier in Genf schien grün zu sein. Er fühlte sich wie ein verlegener Narr, doch dann kam sie, schlank, mit guter Figur und noch besseren Beinen, das schwarze Haar zu einer unauffälligen Frisur gelegt. Im Einkaufsnetz ein grünes Päckchen und in der Hand eine Orange. Über einer Tasse Kaffee drückte sie ihm 2000 Dollar in die Hand und schickte ihn nach München. Dort sollte er Deutsch lernen und nach Möglichkeit für Sabotageakte Ausschau halten. Sonjas zweiter Agent war der Engländer Len Burton. Er hatte mit Food in Spanien gekämpft. Er wartete Anfang 1939 vor einem Warenhaus in Vevey. Später schrieb er über das erste Treffen. Ich war 25 und meine Erfahrung in Sachen Liebe war auf die Schwärmerei für unerreichbare Filmstars beschränkt. Das mag erklären, warum meine spontane Reaktion auf Sonja meine Erinnerung an das, was bei unserer ersten Begegnung gesagt wurde, etwas vernebelt hat. Ich nahm an, sie dächte, ich hätte mich noch nicht ganz von den Bombardierungen in Spanien erholt. Natürlich konnte sie nicht wissen, dass sie die Bombe war. Er wurde nach Frankfurt geschickt, wo sich der Hauptsitz der IG Farben befand, eines Chemiegiganten, der bei Hitlers Kriegsvorbereitungen eine entscheidende Rolle spielte. Als dritten Agenten heuerte Sonja den deutschen Franz Obermanns an, auch er ein ehemaliger Spanienkämpfer. Er stieß erst im Frühjahr 1939, als Deutschland bereits die Tschechoslowakei und Österreich besetzt hatte zum Team. Während Sonja Kontakte zu Mitarbeitenden der in Genf ansässigen internationalen Organisationen aufbaute und auf ihrem eigenen Sender einmal im Monat einen Bericht nach Moskau übermittelte, kundschafteten ihre Agenten, Tarname Jim für Food und John für Burton, das Restaurant Bavaria in München aus, wo Adolf Hitler regelmäßig zu Gast war. Einmal testete Burton die Aufmerksamkeit der Leibwächter. Als Hitler das Lokal betrat, griff er in die Jackentasche und zog ein Paket Zigaretten heraus. Es hätte auch ein Revolver sein können, doch die Sicherheitsleute zeigten keinerlei Reaktion. Food und Burton schlugen Sonja vor, unter den Mänteln in der Garderobe eine Bombe zu verstecken, doch dazu kam es nicht. Am 24. August 1939 unterzeichneten Deutschland in die Sowjetunion einen Nicht-Angriffspakt. Wenige Stunden später traf in der Torpinier ein Funkspruch ein. Alle Aktivitäten gegen Deutschland einstellen, alle Agenten abziehen und jeglichen Kontakt mit noch verbliebenen Agenten vor Ort abbrechen. Bald kam die nächste Hiobsbotschaft. Am 1. September 1939 marschierte die Wehrmacht in Polen ein. Man kann es noch gar nicht fassen, schrieb Sonja ihren Eltern. Merkwürdig, dass die Sonnenuntergänge noch immer so schön und friedlich sind und die Kinder werden einem ganz fremd in ihrer unbeschwerten Fröhlichkeit. Food und Burton bzw. Jim und John, die ihre Mission in Deutschland abgebrochen hatten, mieteten sich in einer Pension in Wehweh ein und nutzten die Zeit, um von Sonja das Schiffrieren und auf einem Spielzeug-Morse-Gerät das Funken zu lernen. Im Herbst tauchten in der Torpinier zwei ungebetene Gäste auf, die Sonja für Beamte des Schweizer Geheimdienstes hielt. Sie kontrollierten nicht nur die deutsche Hausfrau, sondern auch ihren vermeintlichen Gast Obermanns. Sonja hoffte, es handele sich um eine Routinekontrolle, war aber äußerst beunruhigt, als Obermanns sich mit einem auf den Namen Eriki Noki lautenden finnischen Pass auswies, obwohl er kein Wort finnisch sprach. In der folgenden Nacht vergrub sie den Sender im nahegelegenen Wald. Prompt erhielt sie die Aufforderung, sich bei der Polizei in Lausanne zu melden. Dort eröffnete ihr ein Inspektor, das Botenmädchen eines Lebensmittelladens habe in ihrem Haus ein Morse-Gerät gesehen und sie stand als Spionin denunziert. Sonja reagierte kaltblütig. Ich lachte und bestand darauf, in den nächsten Spielzeugladen zu gehen, um das gefährliche Objekt zu besichtigen. Sie bot sogar an, dem Inspektor das Spielzeug ihres Sohnes zu zeigen und beschwerte sich, dass die Polizei eines demokratischen Landes den von Hitler verfolgten Deutschen misstraue, anstatt sich um die vielen Nazis in der Schweiz zu kümmern. Das war offenbar überzeugend. Laut ihren Memoiren gestand der Inspektor, das möchte ich hundertmal lieber tun. Sie wertete das als gutes Zeichen, dass er sich nicht nach Obermanns erkundigt hatte und fühlte sich bald sicher genug, um das Funken wieder aufzunehmen. Was sie nicht wissen konnte, die Bundesanwaltschaft war dem falschen Erik Kinoki bereits auf den Fersen. Aus Akten im Bundesarchiv geht hervor, dass die Fremdenpolizei Obermanns von Anfang an verdächtigte, das Foto in seinem Pass ausgewechselt zu haben. Die Polizei durchsuchte sein Zimmer in einer Pension in Grolli bei Freiburg, fand aber nichts Verdächtiges. Am nächsten Morgen meldete die Pensionsinhaberin jedoch, sie habe in einem Schrank im Badezimmer etwas Interessantes entdeckt. Es stellte sich als Teil einer Sendeanlage heraus. Bei den verschiedenen Geräten fand sich weder ein Mikrofon noch ein Schalter, heißt es im Polizeirapport. Kinoki wurde beim Aufbau seiner Anlage überrascht. Er wurde sofort verhaftet und die Bundesanwaltschaft bat das Schweizer Konsulat in Helsinki um Abklärung. Als die finnische Polizei die Eltern des echten Erik Kinoki ausfindig machte, bestätigten sie, der Mann auf dem Passfoto sei nicht ihr Sohn. Dieser war nach Russland ausgewandert und hatte seinen Pass offenbar dem Geheimdienst überlassen. Als die Polizei Obermanns damit konfrontierte, gab er augenblicklich zu, dass er den Pass in Paris gekauft und das Foto ausgetauscht hatte. Er weigerte sich aber standhaft, seinen richtigen Namen zu nennen. Der Spionageverdacht führte zu aufwändigen Ermittlungen. Doch weder die Polizei in Amsterdam, Wien, Brüssel, Budapest, Bukarest, Helsinki, Kopenhagen, London, Madrid, Paris, Prag, Riga, Rom oder Sofia, noch jene in Stockholm konnten weiterhelfen. Es war schließlich das Reichskriminalpolizeiamt in Berlin, auch bekannt als Amt 5 des Reichssicherheitsamtes, das den vermeintlichen Erik Kinoki als Kommunist Franz Obermanns identifizierte, der 1935 wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu zweieinhalb Jahren Arbeitslager verurteilt worden war. Die SS bekundete ein reges Interesse an ihm, bat die Bundesanwaltschaft um möglichst erschöpfende Auskunft über den Fall und erklärte, sie sei dankbar für jede Information über seinen Verbleib nach der Strafverbüßung. Dass Obermanns verschwunden war, machte Sonja zunehmend nervös. Und sie beging einen Fehler, der einer hochdekorierten Spionin nicht passieren dürfte. Sie rief seine ehemalige Logiegeberin an und diese informierte die Polizei umgehend über den Anruf einer Frau von Lach. Die Polizei stellte fest, dass diese von Bern aus angerufen hatte, fand im ganzen Kanton Bern aber nur ein unbescholtenes Schweizer Dienstmädchen namens Lina von Dach. Sonja befürchtete, dass nach ihrer Befragung irgendwelche Akten über sie bei der Wartländer Polizei existierten. Sie wusste nicht, dass Spionagefälle in die Kompetenz der Bundesanwaltschaft fielen und hoffte daher, Obermanns Fall werde in Freiburg behandelt. Es war jedoch nicht der Schweizer Föderalismus, der die Spionin rettete. Offenbar hatte der Inspektor, dem sie die Leviten gelesen hatte, keinen Rapport erstellt, denn es gibt über sie, anders als über ihre drei Agenten, weder im Wartländer Staatsarchiv noch im Bundesarchiv ein Dossier. In ihren Memoiren taucht Sonja die peinliche Panne mit dem finnischen Pass in ein heroisches Licht, das der historischen Überprüfung allerdings nicht standhält. So behauptet sie fälschlicherweise, die Nazis hätten Obermanns zum Tode verurteilt und seine Auslieferung verlangt und die Schweizer seien nur nicht auf die Forderung eingegangen, weil sie ein eigenes Verfahren gegen ihn am Laufen hatten. Nicht überprüfbar sind ihre Behauptungen, das Licht in Obermanns Zelle habe ständig gebrannt, er sei in der Untersuchungshaft gequält bis zur Erschöpfung verhört und mit der Auslieferung bedroht worden. Weil Ursula Kuzuschinski als Deutsche im Fall eines Angriffs auf Nazi-Deutschland auf die Schweiz höchst gefährdet war, legte ihr die Zentrale nahe, sich scheiden zu lassen und einen ihrer britischen Agenten zu heiraten. Rudy Hamburger war einverstanden und Len Burton, der sich schon beim ersten Treffen in sie verliebt hatte, willigte noch ein. Wie schon in der Manturai fiel es Sonja schwer, Dienstpflicht und Gefühle zu trennen. Die geplante Scheinehe mit ihrem sieben Jahre jüngeren Agenten wurde eine große Liebesgeschichte, die erst mit seinem Tod endete. Die beiden heirateten symbolträchtig am 23. Februar 1940, dem Geburtstag der Roten Armee, und drei Monate später hielt Sonja ihren nagelneuen britischen Pass in den Händen. Ihre Mission war erfüllt. Gut 20 Jahre nach Foots Handbuch für Spione veröffentlichte sie unter dem Pseudonym Ruth Werner ihre Autobiografie. Sie widmete Sonjas Rapport allen, die mit Freude gelebt, gekämpft und Opfer gebracht haben, um die Gegenwart zu schaffen, die Basis für eine bessere, eine sozialistischere Welt. Ursula Kuzuschinski starb am 7. Juli 2000 im Alter von 93 Jahren im wiedervereinten Berlin. Der russische Präsident Wladimir Putin verlieh ihr Posthum noch den Orden der Freundschaft und pries sie als eine Superagentin des Militärischen Nachrichtendienstes. Nathalie Sergeyev wurde 1912 in St. Petersburg geboren und als Kind in Frankreich eingebürgert. Sie wollte zunächst Künstlerin oder Journalistin werden. 1933 brach sie, gerade 22 Jahre alt, zu einem Fußmarsch von Paris nach Warschau auf, um Reportagen zu schreiben und sich zur Malerei inspirieren zu lassen. Auf Zwischenstationen in Deutschland nächtigte sie in einem Arbeitslager, versuchte vergeblich ein Konzentrationslager zu besichtigen und wurde schließlich bei dem Versuch verhaftet, sich in den Reichstag einzuschleichen. Die drei Tage im Gefängnis bezeichnete sie als schön und interessant und freute sich über die Möglichkeit, dort baden zu können, was auf einer Reise immer gut tut, wie sie sagte. Im Jahr darauf fuhr sie mit dem Fahrrad aus Paris über Deutschland, die Tschechoslowakei, Österreich, Ungarn und Jugoslawien nach Italien und unterwegs führte sie ein Interview mit Hermann Göring, Hitlers rechter Hand. Der zeigte sich von der selbstbewussten jungen Frau ebenso beeindruckt wie der Berliner Journalist Felix Dassl. Letzterer arbeitete verdeckt für die Abwehr, den militärischen Geheimdienst der Wehrmacht. 1937 versuchte er, Sergeyev für den deutschen Geheimdienst anzuwerben. Sie lehnte ab. Stattdessen plante sie ihre nächste Reise, die noch größer werden sollte. 1938 brach sie auf, um allein mit dem Fahrrad von Frankreich nach Vietnam zu radeln, 17.000 Kilometer. Doch es kam anders. Als Deutschland Polen überfiel und den Zweiten Weltkrieg entfachte, war Sergeyev schon in Syrien. Sie disponierte um, machte in Beirut eine Ausbildung als Krankenpflegerin. Mit dem Einmarsch der Wehrmacht in Frankreich fällte Sergeyev einen Entschluss. Sie wollte zurückkehren und dabei helfen, Paris von den Nazis zu befreien. Ihr Plan? Sie würde sich als deutsche Agentin anwerben lassen, in Wahrheit aber gegen die Deutschen arbeiten. Sie wollte also Doppelagentin werden. Auf eigene Faust. Erstaunlicherweise funktionierte das auch. Ihr Führungsoffizier im deutschen Militärgeheimdienst wurde der Österreicher Emil Kliemann. Er ließ sie in Techniken wie Funken morsen und Schreiben mit Geheimtinteschulen und plante ihre Spionagemission in England und die Ausreise über Madrid. Aus dem Zielland sollte sie Beschreibungen von Flughäfen, Informationen über Truppenbewegungen und Details zu Flugabwehrraketengeschützen liefern. Als Kliemann Sergeyev vor der Abreise noch einmal in Madrid traf, war der britische Geheimdienst längst im Bilde. Der britische Security Service entschied sich dafür, das ungewöhnlich plumpe Angebot als Doppelagentin von ihr anzunehmen. Sergeyev erhielt den Decknamen Treasure, eine der fünf D-Day-Spione, die die Landung der alliierten Truppen am 6. Juni 1944 vorbereiteten. Schon bald sollte sich zeigen, welcher Schatz sie für London war. Anfang November landete die Agentin in Bristol und hatte schon bald viel zu berichten. Innerhalb von Monaten wurde sie zu einer wichtigen Quelle für die Deutschen. Zumindest dachte man das in Berlin. Tatsächlich war die Desinformation von nun an Sergeyevs Spezialgebiet. Sie lieferte per Funk vermeintliche Details über britische Militärtechnologien und Truppenbewegungen und noch viel wichtiger über die alliierten Pläne zur Landung auf dem europäischen Festland. Die Informationen kamen in Wirklichkeit direkt vom MI5, der mit Sergeyev nun über einen direkten Draht verfügte, um glaubhafte Falschinformationen an Berlin zu übermitteln. Mit Erfolg. Sergeyev trug mit ihren Funksprüchen dazu bei, dass die Deutschen glaubten, die Alliierten wollten nicht in der Normandie, sondern östlich des französischen Departements Pas-de-Calais landen. Dort wurde auch die Verteidigungslinie der Wehrmacht besonders stark ausgebaut. Als D-Day-Spionin war ihre Aufgabe, zur erfolgreichen Landung der alliierten Soldaten beizutragen. Als in der Nacht auf den 6. Juni 1944 die ersten alliierten Soldaten die Strände der Normandie erreichten und die Westfront der Anti-Hitler-Koalition eröffneten, war Sergeyev außer sich vor Freude. Sie sind gelandet, die Befreiung hat begonnen. Ihre Mission war erfüllt. Nathalie war den Engländern gegen Ende des Zweiten Weltkriegs nicht gut gesinnt. Sie empfand die Engländer als kalt und geizig gegenüber ihr. Angeblich litt sie unter einer tödlichen Krankheit, bei der sie letztendlich keine Hilfe von ihrem früheren Arbeitgeber bekam. Sie hatte auch jeden Tag ihr Leben und das ihrer Eltern riskiert, als sie für die Nazis arbeitete. Also verschwieg sie den Engländern, dass die Nazis ihr einen Steuerungscode gegeben hatten, um zu beweisen, dass ihre Funksprüche echt waren. Es gab ihr ein Gefühl von Macht zu wissen, dass sie ihre Arbeit und die gesamte D-Day-Täuschung mit einem einzigen Tastendruck zerstören konnte. Sie hatte nicht vor, ihn zu benutzen, aber als sie ihn offenbart hatte, wurde sie direkt nach dem D-Day entlassen. Sie ging nach Frankreich, um sich um Verletzte und Vertriebene zu kümmern. Dort heiratete sie einen amerikanischen Major. Er nahm sie mit nach Amerika, wo er hoffte, dass ihre Krankheit geheilt werden könnte. Das konnte sie nicht und sie starb weitgehend vergessen im Jahr 1950. Zusammengefasst bleiben doch viele Fragen zu diesen jungen Frauen unbeantwortet. Es gibt viele Lücken in ihren Lebensläufen. Ihre Geschichten und Motive sind vielfältig. Ihr Einsatz, oder zumindest der Einsatz von einigen, war heroisch. Insgesamt ist die Geschichte der Spionen im Deutschen Reich ein faszinierendes Kapitel der Kriegszeit, das weiterhin erforscht und gewürdigt werden sollte, um das Verständnis für die Komplexität und die verschiedenen Facetten des Zweiten Weltkriegs zu vertiefen und ein Verständnis für die Rolle dieser Frauen zu gewinnen, die für die damalige Zeit ein sehr unkonventionelles Leben, ein sehr unabhängiges Leben geführt haben und die auch ihre privaten Beziehungen weitgehend in den Dienst ihrer Sache gestellt haben. Das war Folge 204 unseres Podcasts. Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Als ich mir gerade überlegte, ob ich ausnahmsweise auch noch den C-Teil angehen sollte, klingelte es. Hanna stand vor der Tür. Sie hatte sich kaum verändert, nur ihre Augen wirkten anders, starrer, erwachsener, aber vielleicht kam mir das auch nur so vor. Darf ich reinkommen? Ich konnte schlecht Nein sagen. Ich konnte auch nicht verhindern, dass eine wahnsinnige Hoffnung in mir hochschoss. Alles könnte plötzlich wieder so werden wie früher. Wir gingen in die Küche, setzten uns. Obwohl wir ganz nah nebeneinander saßen, kam sie mir unendlich weit weg vor. Mein Dad hatte sich eine neue Espressomaschine aus dem Internet geholt und bevor wir jetzt endlos lang da saßen und uns anschwiegen, bot ich ihr einen Kaffee an. Sie sagte, Ja, gerne. Ich machte den Kaffee, kam mir aber bei jeder Bewegung wie eine Marionette vor, an deren Fäden rumgezogen wird. Ich glaube, ihr ging's ähnlich. Nach dem zweiten Schluck stellte sie die Tasse mit einem kleinen Knall auf den Tisch. Ich werde eine Therapie machen. Das kam wie ein Vorschlaghammer. Meinst du? Echt? Nur weil du? Nur? Ich hab ne riesen Scheiße gebaut. Es tut mir wahnsinnig leid. Es sprudelte plötzlich nur so aus ihr raus. Wie ich ja wisse, komme sie aus einer extremen Patchwork-Familie. Ihre Mom habe fünf Kinder mit vier Männern aus drei Nationalitäten. Und da habe sie wohl immer Angst gehabt, nirgendwo so richtig aufgehoben zu sein. Aber gleichzeitig sei sie wohl genau daran gewöhnt, immer in Unsicherheit zu leben, ob sie für jemand wichtig sei oder nicht. Und deswegen sei das mit mir wohl so ne Art Positivschock gewesen. Kein Mensch in meinem Leben hat mich bisher als Positivschock bezeichnet. Ich hatte das Gefühl, dass sie bereits ziemlich heftig mit irgendwelchen Therapeuten gequatscht hatte. Und das war sicher auch gut für sie. Aber irgendwie war man nicht wohl bei dem Gedanken, dass an dem Mädchen, mit dem ich zusammen war, auch noch zig andere rumschraubten. Klar, das war was völlig anderes als ne Affäre. Aber je mehr ich ihr zuhörte, all diese klugen Worte, mit denen sie sich sezierte und die sie auf mich einprasseln ließ, desto größer wurde mein Unbehagen, durch ihre Therapie ferngesteuert zu werden. Und ich hatte nicht die geringste Lust, mein Innenleben vor jemandem auszubreiten, ganz besonders nicht vor Hannah. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, geht doch mal auf www.primeroverlag.de oder checkt unsere Insta-Seite, auf der sich gerade absolut alles um die Mur und ihre Charaktere dreht. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Gedanken, nicht nur zu unseren Büchern, sondern auch zum Podcast. Schickt uns gern weiter fleißig Themenvorschläge und meldet euch, wenn ihr Anregungen habt. Wir freuen uns. Bis nächste Woche, liebe Stalingrad-Podcast-Fans.